In Norderstedt ist wieder die Diskussion aufgekommen, ob Norderstedt kreisfrei werden soll. Wir finden, dass überhaupt diese Diskussion schon völliger Blödsinn ist, weil es gibt mehrere Gründe, die nun absolut dagegen sprechen. Zum einen gehen wir mal zurück zu den Gründungsvätern. Die haben beschlossen, Norderstedt sollte sich mit dem Kreis Segeberg als gemeinsame Achse entwickeln. Die Landesentwicklungsplanung sieht das im Übrigen immer noch so. Und wir haben als Norderstedt ohnehin schon den Sonderstatus, dass wir eine große kreisfreie Stadt sind. Die Oberbürgermeisterin stellen dürfen, zwei Dezernenten darunter haben. Das haben andere Städte nicht. Außerdem muss der Landtag über diese Möglichkeit entscheiden. Und wenn noch nicht mehr der Kreis und die Stadt sich da einig sind, weil Kreistag ist komplett dagegen und in Norderstedt gibt es Befürworter, da jetzt diese Diskussion anzustoßen, macht aus unserer Sicht auch überhaupt keinen Sinn. Ganz zu schweigen davon, dass wir jetzt in Corona-Zeiten andere Dinge haben, die wir erledigen müssen, die wichtiger sind und ganz zu schweigen von den Kosten, die da auf uns zukommen. Im Moment liegen wir in Norderstedt bei ca. 670.000 Euro, die das kosten soll. Da kommen die Kosten vom Kreis hinzu. Das macht auch keinen Sinn. Aus unserer Sicht sollte das so bleiben, dass sich Norderstedt gemeinsam mit dem Kreis entwickelt. Auch zum Beispiel beim Thema Wohnen. Da können wir nicht nur in Städten denken. Hat ja auch unser ehemaliger Oberbürgermeister, Herr Grote, gesagt, wir sollen in Regionen denken. Das macht mehr Sinn. Das ist auch unser Urthema der Freien Wähler, dass wir sagen, wir müssen uns mit dem ländlichen Raum gemeinsam entwickeln. Wir brauchen da gemeinsame Wohnkonzepte. Da kann man zum Beispiel auch das Thema Homeoffice, was jetzt gerade durch Corona kommt, sehr schön mit einbinden, dass nicht alle in der Stadt wohnen müssen. Also wir brauchen schon die Gemeinsamkeiten mit dem Kreis und wir lehnen überhaupt eine Diskussion darüber komplett ab. Wir wollen, dass Norderstedt im Kreis verbleibt und auch in der Solidargemeinschaft natürlich des Kreises weiterhin mitwirkt. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.